So, ihr Geinschnittchen. Die letzte Folge, die ich da auch nehmen werde, bevor ich wieder auf eure Kommentare eingehe. Wir machen den T-Rex. Ich werde es probieren, ihn zu machen. Die beiden lieben mich mittlerweile auch. Hier vorne wird es dann ein T-Rex-Land quasi geben. Dann hast du die Bäume weg. Da muss ein Ticken Wasser muss da ja rein. Reicht das schon? Und dann einmal essen. Und einmal lebendes Essen. So, und ich glaube, ein bisschen Wald wollte der, wenn ich es richtig hatte. Bin mir aber gar nicht hundertprozentig sicher, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann machen wir noch ein Tor da rein. Und dann machen wir daraus noch Elektrozäune. So. Ich stelle schon wieder kein Strom mehr. Ich brauche so, ich bin so stromhungrig. Das ist krass. Das Öko-Gleichgewicht. Ja, der ist dann sofort durch. Aber dann haben wir da vorne, das ist auf jeden Fall safe. Wir hatten eine niedrige Gesundheit. Warum? Ich habe zuerst noch hungern. Ähm, ne. Moment. Äh, Gehege. Einverstanden. Nicht verhungern. Gehen dir. Schnell. Schnell fressen. So, da ist Tor. Da ist Tor. Da ist Tor. Über das Tor. Das ist die Leistung. Zweimal. Das geht nicht, weil der nicht richtig war. Okay. Got it. So. Ihr liebt euch immer noch. Ihr liebt euch immer noch alle. Das ist ja der Shit. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung. Dann finden wir ein Fleischfresserfossil. Das werden wir 100% nicht hinkriegen, indem wir einfach da hingehen. Und du bist da hin. Und dann haben wir die Insel. Doch auf jeden Fall schon mal. Okay. Moment. Errichten ein sicheres Gehege, in dem Dinosaurierkämpfer ausgetragen werden. Lassen Sie neue Dinosaurier fahren. Bringen Sie im Gehege. Und achten Sie darauf, dass Sie jede Gehege... Okay. Ausbrüten, frei lassen, zusammen in einem Gehege unterbringen. Mission starten. Nur die Stärksten überleben. Das ist nicht nur ein Motto. Das ist unsere Realität. Nochmal. Die Dinos sind hier schon mal drin, wa? Genau. Schritt 1. Konstruieren oder modifizieren Sie ein Gehege für die Ausrichtung von Dinosaurierkämpfen. Okay. Sie müssen die Dinos in diesem Gehege ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Okay. Überschreiten wir hier eine rote Linie? Es fühlt sich nämlich so an. Wir schaffen Rahmenbedingungen, um die Tiere gegeneinander antreten zu lassen, ihren urtümlichen Jagd- und Tötungsinstinkt auszunutzen, um... Profit zu machen. Ja. Ja, warum eigentlich? Okay. Also. Wie machen wir das am besten? Wir nutzen das. Die drei Dinos kill ich einfach, ja? Kein Problem. Verstanden. Also, verkaufen wir. Die verkaufen wir einfach. Erstmal. So. Souvenirladen. Souvenirladen. Sicherheitszentrum durch. So. Jetzt bevor wir gleich damit anfangen, können wir nochmal eins gucken. Wenn's auf Futterstation unterwegs. Kein Problem. Anfrage bestätigt. Und dann haben wir noch das Ranger-Team. Nope. Nope. Reagiere auf Nachschubanfrage. Die dürft ihr beide machen. Das... Weiteneutrige Gesundheit. Das ist durstig. Okay, ich verstehe. Pass auf, jetzt bin ich richtig klug. Und dann... Einverstanden. Was soll ich sagen? Gut gemacht. Danke, danke. Da fehlt nicht mehr viel, dann kann ich endlich die mit der Kraftwerke nehmen. Was haben wir hier für einen Auftrag? Wir leben in einer gefährlichen Welt. Das ist natürlich jetzt gerade optimal. Und hier ist es noch schlimmer. Der Auftrag könnte uns in der Sicherheitsfrage weiterhelfen. Sammle Produkt ein. Egal, was der Grund dafür ist, aber dieses... Dieses Verlangen, die Dinosaurier zu beherrschen, das ist unser Fehler. Da ist er. Wir brauchen ihr Vertrauen. Und sie gegeneinander aufzuhetzen, hilft uns dabei nicht. Doch. Den lasse ich frei. Und... Die darf direkt abgeschossen werden. Dann ist das nächste ein Dilo, der hier ausgebaut wird, die gebütet werden darf. Und... Ich darf kurz die beiden Futterstationen machen. Und... Nein, ich bin nicht weg. Steuern. Aber du darfst den zumindest noch heilen. So. Wasser. Der ist durstig, aber guck mal, jetzt gibt es ja mehrere... Plätzchen, wo du gleich auch was trinken könntest. Da war... Und der T-Rex... ...kommt dann da rein. Das sieht doch jetzt gut aus. Das Futterstation muss aufgefüllt werden. Ist ja easy. Welche? Ich. Nachschubanfrage bestätigt. Hören wir die auf. Easy going. Irgendeiner, der gerade Stress hat. Niemand. Alle keinen Stress. Okay. Dann... Okay. Fahr der Zeraptor aus. Produkte transportiert. Anfrage bestätigt. So. Damit... Sieht es doch gerade so aus, als wenn... Wir schon jetzt überall ganz cool werden. Da darf Max immer noch einer rein. Genau. Du kannst natürlich mal saufen. Ah, okay. Nicht optimal. Aber da. Aber wird. Was ist da los? Moment. Ach so. Ja. Der macht das Kraftwerk wieder an. Ja, ja, ja. So. Wunderbar. Was mit der Expeditionskarte. So. Du bist noch nicht fertig. Aber. Wo ist er? Da. Geh her. Ja. Der Herr von alles. Tut's. Ja, tut es bald. So. Nachschub ist unterwegs. 9, 3, 7, 8. Füllte Aufgabe hinzu. Füllung. 7, 5, 3. 3. Bestätige Aufgabe. Füllte Aufgabe hinzu. Okay. So. Du kannst ruhig da kurz rausrennen. Also muss noch eine Fässerstation aufgefüllt werden. Welche denn? Nachschubanfrage erhalten. Kommt auf die Liste. Okay. Füllten wir die anderen aus. So, komm. Gib Gas. Du musst runter. Runter, 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 runter. Dann haben wir den Dilo. Dann produzieren wir noch einen. Weil der muss ja den auch töten. Produkt wurde zugestellt. Zu wenig Gasland. Kein Problem. Stellt abticken. Besser? Zu wenig Gasland. Noch mehr. Noch mehr? Das ist so gut. Okay. Sieht gut aus. Zu wenig was. Wir gucken uns das sofort nochmal an. Okay, nochmal ganz kurz. Genau. Den ausdrücken, aber den weilassen. Wichtiger. Den freilassen ist wichtiger. Das ist doch neun. Das ist doch frisch. So, jetzt. Alles cool, ja? Alles cool, alles cool. Nice. Denken Sie im Zweifelsfall an Ihr Training. Meine Leute sind in Position und beobachten die Situation. Äh, Sie meinen wohl das Gemetzel? Sie glauben an die Natur, Dr. Malcolm. Wir stellen Sie hier nur nach. Nein, Sie manipulieren Sie. Und niemand weiß, was dabei herauskommen wird. Ich dachte, Sie schätzen das Unbekannte, Dr. Malcolm. Struthiomos. Fahren Sie mit dem Test fort. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. So, ich werde es jetzt sehr hart kämpfen, gehe ich von aus. Das Problem ist, ich brauche zwei Balletzeraptoren, damit der sich überhaupt wohl fühlt. So, und du darfst den heilen. Aufgabe. Dr. Wu's Beobachter müssen den Sieger untersuchen. Sorgen wir für ihre Sicherheit. Oh, ich bin froh, dass ich das nicht mit ansehen musste. Blutige Sache, stimmt's? Klauen, Zähne und Gebrüll sind nicht so mein Ding. Stell dich sicher. Da werden wir Struktur beschädigt. Nicht gut. Aufgabe hinzufügen. Struktur... Wo ist die Struktur, die beschädigt wurde? Da. Du bist immer noch coolig, oder? Naja, du bist ja nicht. Du kannst schon mal anfangen. Sound-Effekt, Sound-Effekt. Aufgaben hinzufügen. Da. Okay, er geht auf Laboraturanfrage. Da können wir wieder raus. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Da haben wir noch ein Ranger-Team. Re дор-Truppe hinzufügen. Was ist diese? Sag ich doch. Wusste ich doch? Wusste ich doch. Nein. Ja, du reparierst Zaun und danach darfst du Essen auffüllen. DU! Reparierst Zaun. Anfrage bestätigt. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Ist Zaun schon repariert? Ne, aber er fährt. Ok. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, das ist halt der Siegertypi. Komm schon. Äh, der ist zu weit weg. Anfrage erhalten, reagiere auf Reparatur. Produkt wurde transportiert. Wer ist mein... Da. Anfrage bestätigt. Oh, fuck me, Alter. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Ah ja, scheiße. Das. Transport im Gange. Hab ich mal vergessen. Hab ich voll vergessen. Ich brauch mehr von diesen Helikopterspasten auch noch. Kommt auf die Liste. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal geboren. Ich mach so ein zweites. Zustellung abgeschlossen. Ich weiß. Ich hab den ja noch nicht gehandelt. Ich hab den ja noch verabredet. Ich hab den ja noch recht gemerkt. Der kommt hier mit rein, oder? Immer mit. Genau. Oder noch einen Toten Saurier. Scheiße Da ist ein Vadiziraptor gekillt worden Fuck me, Alter Mal bauen Oh man Oh, schnell, komm, 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 komm Da, den Ist noch irgendwo ein Produkt unterwegs Transport im Gange So Da ist noch ein Vadiziraptor, der tot ist Geil Du Da rein Du Da rein Okay Okay Alles schließen Komm, Kassi, bitte Danke So Das hätte ich gerne Das hätte ich gerne Das hätte ich gerne Produkttransport im Gange So Warum ist der jetzt gestorben? Choratex Ausgabe erhalten Wahrscheinlich schon gar keine Rolle mehr Weil wir den einfach jetzt nachproduzieren werden Alter Wollen wir noch einen Toten Da ist der zweite Tote Oh man Äh Produkt wurde zugestellt So, jetzt hoffen wir einfach mal Da der obere Nach dem Betäubten Produkttransport beendet Und jetzt noch Das Okay Damit haben wir es dann vorläufig Leco mio Das war jetzt Und jetzt kämpfen wir die falschen beiden Transportiere Produkt Mach da nix Komm, du kriegst ja noch den hier Einer vom Weiten Stirbt Der andere Gut Die was? Soundeffekt? Bestätigt Unterwegs Produktzustellung bestätigt Schau So Transport hat begonnen Oh Gott, Alter Was ein Chaos hier Das machen wir aber noch kurz zu Ende Ja Du darfst Da rein Das ist Das ist mein guter Unterwegs Um Produkt einzusammeln Gut Leco mio So Du darfst mal ganz kurz auch da rein Und dann Machen wir noch Produkt zugestellt Fressen auffüllen hier Bestätigt Bestätige Aufgabe Kümmere mich um Futterstation Einverstanden Produkt Alter Vater Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen Haut rein ano Untertitelung Kling 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 Vielen Dank.